so jetzt sind wir wieder wir haben ja dann Zeit fünf Tagen habe ich nicht mehr gespielt und wir sind letztens Jahr in so einem Fluss gefallen mit Captain Price war Sachsen Shepard verfolgt haben und wir haben noch ein Messer und uns ist richtig über Kettenpreis ist hier jemand wie gehen wir zum Helikopter Boah, der Bildschirm ist krank Schießt euch hier, Mann das war jemand Nein Nein Das ist Sid Shepard alles der tschüss komm schon, Captain Price, gib mir die Waffe ich brauche die Waffe ich brauche die Waffe ich brauche die Waffe oh klicken au das kriegst noch zurück Meno, ich will nicht, dass Price stirbt komm schon, schlagen sie zusammen, Price Price nein Price es schaffst du Boah Boah, es sieht aber richtig krank aus der arme Price nimmst du das Messer hier und nimmst du das Messer hier und ganz viel mal drücken 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 ah ah meine Taste ah 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 ich kann nicht mehr drücken nein ah 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 da die Schmerz an war all der Mannes ich hab richtig auf die Tasten geklopst als Schwede Reis Reis Kuckuck das ist noch er hat sich jetzt warten als jetzt der Klapp er kommt Worte zu verlangen Kettenbrei ich bin tot Spass umsteh auf und helft mir bitte ja und preis abdicke ist sind jetzt von uns ich kann schon laufen Nikolai die Kenntnis zu wie jetzt und das Spiel ist fertig ja Leiter Mauer für zwei abgeschlossen es ist nicht gedacht komisches Ende aber ja ich gehe Rettmann zum Spiel also auch manchmal ging es echt auf den Sack ja jetzt kommt man kommt man noch in das Museum ja wie gesagt erklärt er aber ich fand es zum Schluss fand ich sage ich nicht ganz gut wir haben jetzt noch eine Schlussmission Theater im Museum da müssen wir dann alle Töten die Täter Prozent das Sammelser zum Spiel ist die drei von fünf Stern mehr reichte es nicht wenn ich wir kommen Kredits da machen wir die Bonus hier muss man was alle tüten da haben Goldst normal Prozent Maske weil er die Schneemission gebt preis auch star wirklich alle wieder da hart darstelle spieler den ja das wäre was die alle zu töten aber ich glaube ich kenne es so an Glitch da kann man nicht und man stirbt nicht Marco und der Spiegel ja es ist lang Kölz Prozent zum nächsten Artikel zu sagen dass er jetzt er möchte sie treiben wir gucken uns doch das Museum an wo war das alles war aus da wo er über die Häuser springen mussten die waren mit dem Krieg boah fettes MG da kann ich mich nicht mehr erinnern äh wo waren das gab es das überhaupt auch da hat die Wurz das Museum groß ich will es jetzt aber auch nicht so viel vollquatschen meines sehr gut wenn ihn das noch mal ein bisschen zieht ja hier wieder Schneemischte damit tauschen wo er die Tauschstation gar nicht ja ich glaube auf die Kräste sind letzten Werte ist die wie die Männer als berät alle hier am Telefonieren aber die Gefangenen und speller Taustation Mission Taustation Mission die Saas am Telefonieren es ist krank aber ein die 1 4 3 4 es kommt 3 3 aber das ist der Tag genannt der Samstag der wird schwierig ok wir kommen jetzt glaube ich in die Bonus Mission ich bin mir nicht sicher ich habe noch nie zu Ende gespielt das sehen wir gleich wenn die Credits sind fertig sind gehen echt lange über 5 Minuten glaube ich sogar Jo jetzt sind sie fertig ich Activision Rob Kostig Kai Sein Erik Mellen Mod 3 an Sein Kim viel zu schnell so wessel zu speziellen nicht äh muss ich da irgendwas drücken na ah so ich dachte es gibt noch eine Bonus Mission ich werde jetzt gleich noch gucken ich schneide es kurz raus will ich jetzt gleich noch gucken